Deine Augenbraue ist... Du weißt schon, die weiße, die steht gerade voll runter. Jetzt weiß mein Chef sogar, wie dein Kanal heißt, scheiße. Ja, ist doch gut. Nein, oh man, finde ich nicht gut. Lass mich von meiner ersten 2CB-Erfahrung erzählen. So gegen 15 Uhr aßen ich und zwei andere Freunde Wurstbrote, in die uns wohl wer 18mg 2CB untergemischt hatte. Ich ließ aber als einziger ein paar Krümel vom Wurstbrot übrig, weil ich weiß, dass ich meist stärker auf sowas reagiere als andere, weshalb ich so gegen 15mg Intus hatte. Wir hatten eine Decke, einen crappigen Lautsprecher mit geiler Musik am Start und haben uns damit auf eine Wiese im Wald gepflanzt. Circa eine halbe Stunde nach der Einnahme konnte ich schon Optics wahrnehmen. Wie ich bei den Tripaufnahmen schon gesagt habe, war das größtenteils ein Morphen. Den Grad des Morphens konnte ich aber durch Konzentration steuern. Wenn ich mich ganz stark auf etwas fokussierte, wurde das Morphen deutlich schwächer. Kurz nachdem das Morphen anfing, wurde ich auch euphorisch und fühlte mich deutlich verspulter. Ich habe gehört, dass man da voll euphorisch wird manchmal und sinnlos zum Lachen anfängt und ich glaube, ich fühle es schon voll, wie ich gleich lache. Irgendwie spüre ich gerade, dass es immer stärker wird, mein Verlangen zu lachen. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt nicht lache. Es hat sich da schon sehr gut angefühlt und ich dachte mir so, ja, sehr spaßige Droge, aber irgendwie etwas schwächer als erwartet. Wird das noch stärker? Erst nach einer Stunde hat sich die Wirkung nochmal schlagartig gesteigert. Wenn ich die Wirkung der Substanz mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich ganz klar das Wort verrückt nehmen. Drogen wie Pilz oder LSD sind natürlich auch auf ihre eigene Art und Weise verrückt, aber es ist echt total crazy, wie man bei 2CB zwischen den unterschiedlichen Ego-States hin und her springt. Auf einmal ist man euphorisch und hat Bock rumzulaufen und dann hat man wieder Bock zu reden und dann ein andermal ist man auf einmal so verspult, dass man nicht mehr reden kann. Das hat was echt schizophrenes. Der Rausch variierte aber nicht nur stark von der Art, sondern auch von der Stärke. Bei anderen Drogen ist es ja meist so, dass man die Droge nimmt, dann steigt die Wirkung kontinuierlich und dann kommt irgendwann der Peak und dann nimmt die Wirkung wieder ab. Bei 2CB steigt die Wirkung anfangs auch kontinuierlich, aber irgendwann nach einer Stunde kommt das immer in so Schüben und es ist ein ständiges Auf und Ab von der Wirkungsstärke. So als würde man eine Droge, die nur 15 Minuten wirkt, alle 10 Minuten nachlegen. Der Tasten war auch deutlich verstärkt und die Motorik funktionierte auch irgendwie anders, was man besonders gemerkt hat, wenn man versucht hat zu rennen. Und wie man hier bei diesen Aufnahmen sieht, haben ich und mein Kumpel da eine sehr ähnliche Laufweise. Ich kam mir auch meistens sehr leicht vor, vergleichbar mit der Leichtigkeit von MDMA. Diese Leichtigkeit könnte auch die Ursache für diesen komischen Gang gewesen sein. Ein sehr entscheidendes Merkmal von 2CB war auch das Hervorrufen von sehr vielen Lachanfällen. Von allen Drogen, die ich bis jetzt probiert habe, ist 2CB sehr weit oben auf der Drogen-Lach-Flashliste. Bei Drogen wie LSD oder Pilze habe ich auch Lachanfälle, aber nur, aber nur gegen Anfang und Ende des Trips. Bei 2CB ziehen diese sich wirklich durch den ganzen Trip. Somit schaut man während des Trips wegen diesen Lachanfällen sehr glücklich aus und man ist es auch. Bei MDMA finde ich ja immer das Krasse, dass man sich zwar unglaublich glücklich fühlt, aber man aussieht wie ein Zombie. Ich fühlte mich während des Trips auch sehr elektrisiert, voll auf Hochspannung. Dieses Gefühl konnte ich zu den stärksten Phasen des Trips besonders intensiv im Kopf spüren. Es war so, als hätte ich einen Energieball im Kopf, der sich gerade auflädt. Mir gefiel das irgendwie, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einige dieses Gefühl nicht so nice finden. Kommen wir nun zu den negativen Wirkungen. Mein Bauch und mein Hals haben sich teilweise ein bisschen komisch angefühlt. Im Bauch fühlte es sich so an, als wäre so eine Hand um meinen Magen. Aber das hat wirklich kaum gestört und den Trip nur minimal verschlechtert. Ich denke, das Gefühl war auch Teil dieses Elektrisiertseins. Davor hatte ich bei vielen Erfahrungsberichten gelesen, dass einem bei 2CB sehr schlecht werden kann. Da mir bei MDMA und Pilzen immer kurz schlecht wird, dachte ich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass mir bei 2CB ebenfalls schlecht wird. Aber bis auf das komische Gefühl im Hals und Bauch hatte ich keinerlei negative Wirkungen. Interessanterweise hat das Zeug bei unserer weiblichen Unterstützung deutlich schwächer gewirkt als bei mir und meinem Kumpel. Wir waren teilweise voll krass am Abgehen, aber sie wäre, bis auf dass sie ein paar Lachanfälle hatte, fast noch als nüchtern durchgegangen. Der Trip bestand fast ausschließlich aus euphorischen, witzigen, unterhaltsamen, spaßigen Momenten, dass ich es ultra witzig fand, auf Instagram ein Video hochzuladen, bei welchem ich total emotionslos und ernst 2CB in die Kamera sage. 2CB Ich fand das einfach so witzig, weil dieses ernste emotionslos überhaupt gar nicht so zum Trip gepasst hat. Weshalb ich mir ungefähr alle 10 Minuten dieses Instagram Video anschaute, um mir wegen diesem Kontrast einen abzulachen. 2CB Und die anderen 2 fanden das fast genauso witzig. Wegen solchen geilen Videos sollte man mir übrigens auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ein sehr witziger Moment war auch, als ich so mit einer Wasserflasche in meiner Hand zu meinem Kumpel sagte, dass sie mir Trinken gerade sehr taugt. Worauf er dann antwortete, ah nee, mir taugt es nicht so, dann fühle ich mich irgendwie immer so voll. Während er das gesagt hat, war ich gerade dabei so einen Schluck zu trinken, aber durch seine Aussage habe ich mich selbst auf einmal voll voll gefühlt. So voll, dass ich überhaupt gar keinen Schluck mehr runter bekomme und hab dann das Ganze einfach ausgespuckt. Du solltest mich irgendwie ausspucken, weil du das gesagt hast. Finde ich wirklich sehr interessant, wie man auf Psychedelika so sehr leicht beeinflussbar ist. Fahren wir zum Inder. Im Auto, ich fahre, ich fahre, ich kann doch fahren, ich fahre zum Inder. Fahren wir zu einem Inder und gehen da essen und bestellen sehr vornehm bei ihm Essen. Man hat wie auf MDMA ein sehr unterdrucktes Hungergefühl, aber zwischendurch kann man mal so ein bisschen Obst essen und wenn man das macht, schmeckt das sehr, sehr geil. Die Wirkung der Droge kam mir eher kurz vor. Im Internet liest man zwar von einer Wirkdauer von vier bis acht Stunden, aber ich hatte nur zwei bis drei Stunden eine wirklich deutliche starke Wirkung. Man fühlt sich zwar nach vier Stunden noch nicht ganz nüchtern, aber schon relativ klar. Als die Wirkung schon am Abklingen war und auf einmal überall Mücken herumschwirrten, machten wir uns auf den Weg nach Hause. Ich war irgendwie enttäuscht, dass die Wirkung nachließ und hatte schon irgendwie Bock nachzulegen. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich mich vorher kein Stück informiert hatte, ob da Nachlegen eine gute Idee ist. Ich hatte außerdem keinen einzigen Tripbericht gelesen, wo da nachgelegt wurde. Hat wer von euch da Erfahrung damit? Kann man da nachlegen wie bei MDMA? Als wir zu Hause angekommen waren, hatten wir auf einmal ordentlich Hunger und haben uns deshalb viel Knäckebrot mit Marmalade reingefahren, was auch sehr gut schmeckte. Musik haben wir natürlich auch voll aufgedreht. Unsere weibliche Begleitung verdampfte dann ein Wurstbrot mit Weed zum Runterkommen. Mein Kumpel und ich hatten da aber irgendwie gerade gar keinen Bock auf Weed, weshalb wir zum Runterkommen DMT konsumiert haben. Richtig crazy, wer nimmt denn DMT zum Runterkommen? Dadurch, dass das 2CB noch am Abklingen war, wirkte das DMT deutlich länger als sonst und verstärkte zugleich auch noch die 2CB-Wirkung. Ja, an dem Tag ist dann eigentlich nichts mehr Nennenswertes passiert. Am nächsten Tag war ich einfach nur übertrieben geil gelaunt, was ich definitiv auch dem 2CB zuschreiben würde. Bei LSD oder Pilzen fühlt man sich am nächsten Tag ja meist sehr unnormal und anders. Bei MDMA sehr ausgelaugt und unkonzentriert. Bei Weed fühlt man sich oft sehr müde. Von der Nachwirkung her also definitiv eine sehr gute Substanz für mich. Aber ich weiß es nicht, ob das bei jedem so ist und ob das auch beim nächsten Mal so sein wird. Wo wir gerade schon bei Vergleichen sind. 2CB geht bei weitem nicht so tief ins psychedelische Reich wie LSD oder Pilze. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei höheren Dosierungen bei 2CB ebenfalls eine sehr diebe Erfahrung machen könnte. Aber man sagt, dass eine reguläre Dosis bei 2CB bei circa 15 Milligramm beginnt und bei LSD sagt man, dass eine reguläre Dosis bei circa 100 Mikrogramm beginnt. Bei LSD ist man bei dieser regulären Dosis aber schon viel vertrippter. Da erlebt man schon Dinge wie, dass sein Bewusstsein sich gefühlt mit dem Bewusstsein von anderen verschmilzt und dass man sich mit allem verbunden fühlt. Also wer auf eine sehr tief greifende spirituelle Erfahrung hofft, der sollte vielleicht dann direkt lieber zu LSD oder Pilzen greifen. Habe das auch schon sehr oft gelesen, 2CB geht mir nicht tief genug. Aber muss jede psychedelische Erfahrung wirklich so tiefgründig sein? Ich finde nicht, mal was von dem, mal was von dem. Warum nicht einfach mal eine psychedelische Erfahrung, die einfach nur Spaß macht? Man muss doch nicht immer etwas lernen. Eine wichtige Lektion, wie das Universum funktioniert. Ja, das habe ich zumindest auf 2CB gelernt. Mein insgesamtes Urteil? Bis jetzt finde ich 2CB sehr fein. Bald kommt dann noch das 2CB-Info-Video, in welchem ich über häufige Nebenwirkungen etc. spreche. Vergesst nicht, jeder reagiert anders auf Drogen. Nur weil es jetzt bei mir so reibungslos funktioniert hat, heißt es nicht, dass es euch genauso gefallen wird. Ja, es gibt halt einige, denen gefällt die Wirkung nicht so. Und einigen wird auch zum Beispiel, wie bereits schon gesagt, sehr übel. Schreibt mal eure Erfahrungen mit 2CB in die Kommentare. Gebt diesem Video 5 Sterne. Wenn ihr nicht nur einen OpenMain habt und auch einen OpenMain3000, dann abonniert diesen Kabal. Und dann wird das Kurs, dann kann man das liebungslich, und dann wird das Kurs, dann wird das Kurs, dann wird das Kurs. Also, das ist seitdemanoer der Kurs sind die Koal. Vielen Dank.